Grüezi, mein Name ist Erwin Wanke von der Oberthuber AG in Muri. Ich habe heute die Gelegenheit, an diesem sonnigen Tag Ihnen aus dem neuen Showroom in Muri die Cabriolet-Palette von Mercedes-Benz zu präsentieren. Als erstes AMG GT Roadster, markanten Auftritt und dominante Erscheinung. Unter der Haube geballte AMG Power. Im Nu offen und der Sound. Aber hören Sie doch selbst. Als nächstes C und E-Klasse als 4-Sitzungs-Gabriolet für eine Ausfahrt mit Freunden und Familie. Ausgestattet mit der neuen Aircap-Technologie, die Windshot der Mercedes-Benz. die auch für 4 Personen ein angenehmes Open-Air-Feeling zulassen. Und last but not least. SLC 2-Sitzungs-Gabriolet. Handlich, kompakt, wendig und ausgestattet. Mit dem Airscarf Nackenheizung, die Sie davor bewahrt, mit dem Ecker-Gestabi ins Büro zu müssen am anderen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Erwin Wanke von Ihrem Stern im Aargau. Robert Huber AG – Ihre Sterne im Aargau Doktor Indon. boatige, sondern auch Patrick. Vielen Dank.